Alumnie Convention 2010 Alumnie Convention 2010, wir sind nun bei der Firma SPL. Hier ist der Andre Indervor. Tag Andre. Hallo Uli, grüß dich. Was habt ihr denn Neues hier auf der Alumnie Convention? Ja, ganz neu, beziehungsweise was wir erst jetzt hier verraten und die Katze aus dem Sack lassen, ist, dass es den Pasek, den wir ja schon seit einigen Jahren haben, passiver Equalizer, so im oberen Preis- und Qualitätsrange angelegt, dass wir den jetzt auch in den nächsten 14 Tagen als Software rausbringen. Klingt, muss man sagen, extrem gut. Sehr, sehr dicht am Original. Und für Leute, die sowieso fast alles im Rechner machen, eine sehr, sehr gute Alternative zu der logischerweise sehr, sehr viel teuren Hardware. Direkt drin ist auch noch eine MS-Matrix. Du kannst also auch Stereo rein, Stereo raus, normal inserten und dann eben direkt auf einem Kanal das M und auf dem anderen Kanal Seitensignal bearbeiten. Fein, kann man den auch hier ausprobieren? Habt ihr den schon da? Ja, den haben wir drin in unserer Suite laufen. Okay, kannst du mir gleich mal zeigen. Ja. Danke. Amtermin. Amction. Am laden. Ampiel Voyager. ganz Tag. Amn. Amn. Vielen Dank.